Herzlich willkommen zum Video, ich heiße Felix und in diesem Video soll es um den KI-Bot von StableFund gehen, der eben bis zu 1,5% pro Tag produziert. Und zwar habe ich das letzte Update-Video hier für 12 Tage auf meinem Kanal hochgeladen und dort habe ich gesagt, ich werde das nächste Video machen, wenn meine initiale Einzahlung hier zur Auszahlung fällig ist. Und das ist eben mit dem heutigen Tage erreicht, deswegen wollen wir uns gleich mal auf die Homepage begeben. Das Projekt ist im Grunde ganz simpel erklärt und zwar laufen hier im Hintergrund mittlerweile drei Bots auf der Polygon-Chain, die eben Arbitrage-Handel betreiben und dadurch eben mehrere Prozente täglich generieren und eben 1,5% davon an die Investoren hier ausgezahlt wird. Also man kann hier bis zu 1,5% Rewards in Matic-Token verdienen, indem man die hier eben in der Plattform anlegt. Wie ihr hier seht, haben wir jetzt schon über 1.800 Investoren, die Webseite ist aktuell noch etwas buggy, hier kommt in Kürze ein Update, deswegen will ich euch das kurz im Contract zeigen. Ganz wichtig, bleibt hier auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn wenn ihr Struggles haben solltet mit der Webseite bzw. mit dem Frontend des Ganzen, dann werde ich euch am Ende des Videos zeigen, wie ihr auch zum Beispiel über diesen Smart Contract einzahlt, auszahlt bzw. reinvestieren könnt. Und zwar sehen wir, hier sind aktuell Funds drinnen von 2,2 Millionen Matic, das gerade aktuell einem Gegenwert von rund 1,4 Millionen US-Dollar entspricht. Das ist weniger wie die Menge, die hier normalerweise angezeigt wird, da eben hier immer wieder Funds rausgezogen werden. Das wird jedes Mal in der Telegram-Gruppe von Stable Fund angekündigt, um eben die Bots zu füttern, da diese eben durch die Transaktionsgebühren gefüttert werden müssen, damit dieser Arbitrage-Handel betrieben wird. Also wundert euch da nicht, wenn diese Menge, wenn sie angezeigt wird, von der Menge, die hier im Contract angezeigt wird, abweicht. Dann wollen wir uns auch schon meine Investitionen anschauen. Ich will jetzt gar nicht mehr groß auf das Projekt eingehen, da ich das in den letzten Videos schon gemacht habe. Und zwar seht ihr, wie sich das Ganze jetzt hier runter aktualisiert. Wie gesagt, die Webseite wird in Kürze erneuert und eben komplett neu gestaltet, viel, viel übersichtlicher. Und dann sehen wir hier zum Beispiel diese Transaktion, das ist meine initiale Einzahlung, die ich am 28. April getätigt habe. Und hier eben 80 Matic, jetzt hat es sich wieder aktualisiert, das ist etwas nervig, 80 Matic eingezahlt habe. Und eben 3% Gebühr darauf berechnet wurden, deswegen seht ihr nur 77,6. Wir gehen jetzt mal gleich auf den Calculator rüber, da das hier eben viel übersichtlicher ist. Und zwar wurde hier eine Calculator-Seite erstellt, bei der man hier einfach seine Adresse eintragen kann, mit der man in das Projekt investiert hat. Und hier auf Get Values geht und dann sollten hier gleich die Werte erscheinen und voila, sind sie auch schon da. Das Ganze hier ist wesentlich übersichtlicher. Und zwar seht ihr, ich habe jetzt insgesamt in das Projekt 117 Matic investiert. Das waren damals circa 120 US-Dollar, die ich hier eingezahlt habe. Da war der Matic-Preis circa noch bei 1,30, 1,40 irgendwo in diesem Bereich. Und dann kamen jetzt eben noch die Reinvestitionen dazu. Aber ich bin aktuell auch im Minusseite dazu zu sagen, weil eben der Matic-Preis so stark gefallen ist, was sich aber in Zukunft wieder erholen sollte. Deswegen spielt das jetzt für mich erstmal keine Rolle. Dann sehen wir hier zum Beispiel den Wert, den ich hier gerade auszahlen könnte an Rewards. Und eben den Wert, den ich hier an Kapital auszahlen könnte. Was hier nochmal dazu zu sagen ist, man kann sein Kapital hier einzahlen, ist aber dann für 28 Tage hier im Contract gespeichert. Und erst nach 28 Tagen, also wenn man uns das hier nochmal anschaut und hier hinten eine Minus 0 Days steht, dann könnt ihr euer Kapital quasi wieder auszahlen. Aber die 1,5% Rewards, die ihr hier täglich kassiert, die könnt ihr täglich bzw. stündlich sogar alle Viertelstunde auszahlen, wie es euch halt beliebt. Wenn wir dann nochmal zurück hier zum Calculator gehen, dann seht ihr jetzt, dass meine initiale Einzahlung hier fertig ist. Und ich jetzt quasi ohne Risiko weitermachen könnte, wenn ich das quasi raushole. Was ebenfalls noch sehr schön aufgegliedert ist, ich sehe hier meine Matic, die ich per Stunde erhalte und die Matic, die ich per Day zur Zeit erhalte. Und man könnte jetzt hier unten auch beispielsweise ausrechnen, wenn ich das Ganze jetzt hier laufen lassen würde und täglich compounde, dann würden wir hier mit einer Prozentzahl rechnen von 97%, da ihr eben 3% Gebühr auf Ein- und Auszahlung habt und eben die Compounds für 365 Tage angelegt sind. Und dann würden wir das Ganze einmal kalkulieren, wenn ich das Ganze jetzt jeden Tag hier reinvestieren würde, hätte ich am Ende des Jahres, also nach 365 Tagen, eine Matic-Menge von 22.000 bzw. knapp 23.000, die hier gestaked werden. Was ich jetzt aber in diesem Fall mache, ich will jetzt mein Risiko halbieren. Und zwar gehe ich jetzt hier auf die Seite und werde die Hälfte meiner Einzahlung hier rausnehmen. Und zwar gehe ich dafür auf Auszahlung meines Kapitals, bestätige dann hier einmal die Transaktion. Und damit ihr seht, dass das Ganze funktioniert, mache ich jetzt gleich mal meine Wallet auf. Ich hatte jetzt die ganze Zeit nur ein Matic auf meiner Wallet, damit ich immer hier die Fees decken kann. Und zwar sollte sich das Ganze gleich auf irgendeinen Wert mit 40 aktualisieren, sobald das Ganze drauf ist. Ihr seht jetzt unten, die Konfirmation wurde, Konfirmation kam. Okay, ich habe jetzt die 80, die vollen 80 ausgezahlt bekommen und werde jetzt eben die Hälfte, also quasi 40, wieder ins Projekt zurückschicken, die dann quasi wieder für 28 Tage gelockt sind und ich eine 1,5-prozentige Rendite pro Tag darauf bekomme. Ich werde das Ganze jetzt wieder hier eingeben, Deposit klicken, muss natürlich wieder eine 3%-Fee darauf zahlen. Deswegen werden nicht 40 eingezahlt werden, sondern die 40 abzüglich von 3%. Ich werde hier ebenfalls wieder die Transaktion bestätigen und wie ihr seht, ist das Ganze durchgegangen. Warum habe ich jetzt nicht alles rausgezogen und mein Risiko komplett minimiert? Weil eben aktuell so viel in der Pipeline ist. Wir hatten gerade eine AMA, die könnt ihr zum Beispiel auch hier in der Telegram-Gruppe nochmal nachhören. Wir hatten jetzt, ich habe sogar einen Screenshot gemacht, ich habe nämlich das Video jetzt erst aufgenommen, nachdem ich nochmal über alle Updates informiert wurde, da die AMA gerade stattgefunden hat. Am Ende waren hier sogar noch bis zu 70 Leute drinnen, was Wahnsinn ist für eine AMA, wo am Ende nur noch Fragen kommen. Also das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und eben eine ganz wichtige Sache, die jetzt eben in der Pipeline ist und in Kürze gelauncht werden soll, beziehungsweise bis spätestens 10. Juni steht auf dem Zeitplan. Und zwar ist das eine App, über die man das Ganze bedienen kann. Und zwar wird diese App im Google Play Store und kurze Zeit später im App Store gelauncht werden, beziehungsweise erhältlich sein. Und man kann dann von dieser App aus, ohne Kryptos zu besitzen, quasi über Kreditkarte in diesen MaticBot investieren. Und das wird sehr, sehr viele Investoren anlocken. Deswegen bin ich sehr, sehr bullish zukünftig auf dieses Projekt und habe deswegen auch die Hälfte meiner initialen Einzahlungsmenge hier wieder reinvestiert. Das nur für euch als kurzer Hinweis. Ihr habt jetzt gesehen, wie die Einzahlung funktioniert. Ihr habt gesehen, wie die Auszahlung funktioniert. Es klappt alles einwandfrei. Die Webseite sollte eben in Kürze hier auch aktualisiert werden und wesentlich moderner und wesentlich übersichtlicher gestaltet werden. Eine Sache, die ich ebenfalls noch ansprechen wollte, die ich ganz, ganz wichtig finde zu erwähnen. In diesem Projekt gibt es keinen Referral-Bonus. Also man kann, man kriegt hier keine Belohnung, wenn man Leute wirbt bzw. Leute auf das Projekt aufmerksam macht und sie haben auch keine Marketingkampagne. Also sie bezahlen keine YouTuber, keine Influencer dafür, ihr Projekt zu bewerben. Das heißt im Umkehrschluss, das Projekt wird nur von Leuten präsentiert, die quasi überzeugt sind vom Projekt, die in der Regel wahrscheinlich auch selber investiert sind und eben das Projekt verbreiten wollen, damit eben andere Leute auch davon profitieren können. Und so ist das eben in meinem Fall auch. Jetzt wollte ich euch zum Ende hier noch zeigen, wie ihr eben alle Funktionen ausführen könnt. Falls mal irgendwas mit der Webseite sein soll, dann könnt ihr eben mit dem Backend, mit dem Smart Contract interagieren. Und zwar, wenn wir uns das Ganze hier anschauen, also ihr müsst einmal hier oben auf den Contract klicken, kommt dann eben auf diese Seite. Das ist der Smart Contract, auf dem alles hinterlegt ist, auf dem der Code platziert ist. Wenn wir jetzt hier einmal auf Contract klicken und dann hier unten auf Write Contract und dann unsere MetaMask Wallet, beziehungsweise unsere Wallet hier unten verbinden, das Ganze hier oben bestätigen, dann könnten wir hier jetzt beispielsweise über diese Funktionen Einzahlungen, Auszahlungen und Sonstiges vornehmen. Und zwar seht ihr hier Claim All Rewards. Das ist im Grunde die gleiche Funktion, wie wenn ihr hier auf Auszahlung eurer Rewards klickt. Dann, wenn wir hier weiter runter scrollen, dann sehen wir zum Beispiel auch Deposit. Das wäre quasi der Einzahlungsbutton. Das gleiche, wie wenn ihr hier reingeht, könnt ihr eben beispielsweise hier reingehen, ein Matic eingeben und dann auf Write gehen und dann öffnet sich hier oben genauso die Transaktion, wie eben am vorderen Ende der Webseite. Hier unten ist nochmal die Withdraw Capital Funktion, die eben auch noch wichtig ist. Und hier könntet ihr beispielsweise sogar eingeben, wenn ihr nicht euer gesamtes Kapital auszahlen wollt, so wie ich das jetzt gerade gemacht habe, mit den 80 beziehungsweise 79 Matic, die ich bekommen habe, könntet ihr hier beispielsweise nur 40 eingeben. Das hätte ich jetzt in diesem Fall auch machen können. Ich habe es jetzt halt wieder reinvestiert. Ist halb so wild, weil es eh nur 3% Gebühren kostet, war jetzt vielleicht ein bisschen verschwendet, aber nur für die Zukunft. Dann könnt ihr hier eben nur einen Teil auszahlen. Ihr geht hier drauf und damit ihr es einmal gesehen habt, gehe ich hier auf die Write Funktion, öffnet sich meine Metamask und ihr könntet jetzt hier auch ganz normal die Transaktion bestätigen. Also quasi für jeden, der jetzt in Plattformen wie beispielsweise Atiora oder Swapnex oder sonstiges investiert war, das hier ist ein komplett anderes Projekt. Hier laufen richtige Bots dahinter, die Arbitrage-Handel betreiben, also die Seite ist sicher. Man kann jederzeit in die Telegram-Gruppe gehen, was ich euch auch empfehlen kann, um Fragen zu stellen und erhält relativ schnell eine Antwort. Das Ganze ist unter anderem eben auch hier verlinkt. Der erste Link in der Videobeschreibung wird euch zum Projekt führen. Wie gesagt, kein Referral-Link, also ich habe nichts davon, wenn ihr hier investiert. Ich präsentiere das Projekt einfach nur, weil ich überzeugt davon bin und weil ich sehe, dass es funktioniert und weil die Entwickler eben massiv daran arbeiten und noch viel, viel mehr kommen wird mit eben dieser App und der neuen Homepage. Ich bin gespannt, was die Zukunft so bringt. Wenn ihr Fragen dazu habt, gerne unten in die Kommentare. Ihr könnt mir natürlich auch gerne jederzeit auf Twitter schreiben. Der Link ist unter anderem in der Videobeschreibung oder hier auf meinem Kanal-Banner verlinkt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen da und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen.